Wir wollen über Feedback sprechen mit David Tipphasse. Er ist stellvertretender Schulleiter am Gymnasium Hasewinkel. Und in Sachen Feedback gibt es ja einen Regler mit den zwei Polen summativ und formativ. David, magst du anfangen, das einfach erstmal zu erklären, vielleicht auch an einem Beispiel? Ja, ich gehe vielleicht mal erst auf die Begrifflichkeiten ein. Also Feedback ist erstmal eine Rückkopplung, also eine Rückmeldung, die ich gebe. Formativ heißt jetzt im Lernprozess begleitend und summativ steht dem so ein bisschen gegenüber, das ist zusammenfassend am Ende. Das schließt sich beides nicht aus. Häufig ist es in Schule aber so, dass insbesondere Summative im Vordergrund steht und das Formative sehr selten betrachtet wird. Dabei würden wir mit unseren Beispielen vor allen Dingen Fokus legen auf das formative Feedback und haben deswegen diesen Schieberegler da reingesetzt. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, was verlinkt ist. Das ist ein Beispiel aus meiner achten Klasse, ein Informatikbeispiel. Da geht es darum, dass als Produkt so eine Software entwickelt wurde, so ein kleines Spiel entwickelt wurde von den Schülerinnen und Schülern. Entscheidend ist erstmal, dass die Schülerinnen und Schüler selbst Kriterien für dieses Spiel definiert haben. Die haben sich überlegt, was soll unser Spiel überhaupt können? Mal so ganz beispielhaft, soll es irgendwie mit einer Maus spielbar sein? Es soll irgendwie schwierig sein, also schwierig genug sein, aber nicht zu schwierig sein. Also die haben selbst so ein Raster festgelegt, was das ausmachen soll. Ich denke, das macht auch schon mal eine ganze Menge aus, dass man so Kriterien festgelegt hat und dass die Schüler das eben auch selbst gemacht haben. Dann hatten die jetzt insgesamt drei Doppelstunden Zeit, an diesen Sachen zu arbeiten, in so Kleingruppen. Und während dieser Zeit hatte ich natürlich, das hat auf Distanz stattgefunden, jeder war sehr gut auch in Präsenz, das Ganze, hatte ich natürlich viel Zeit, weil meine Schülerinnen und Schüler selbstständig gearbeitet haben an ihren Projekten. Ich habe die Zeit genutzt, um denen dialogisches Feedback anzubieten. Das heißt, jeder konnte mich dazu holen, sobald er das wollte. Und wir haben darüber gesprochen. Und dabei ging es natürlich nicht darum, dass ich denen gesagt habe, wie das funktioniert. Weil das geht ja auch gar nicht. Das sind deren Projekte. Sondern ich habe eher Fragen gestellt, wo wollt ihr eigentlich hin? Das, was vielleicht sollte man an der Stelle sagen, Felix Winter ist da eine Koryphäe im Bereich von Feedback. Und der ist auch verlinkt mit einem Video, was er auch heraushebt beim dialogischen Feedback. Da geht es nicht darum, dass ich denen was vorgebe, natürlich nicht, sondern die darauf aufmerksam mache, wo ist gerade der Lärmprozess? Wo stoppt es? Warum kommt der nicht voran? Das sind dann so typische Fragen dabei. Integriert in dieses Projekt war auch ein Zwischenfeedback. Das war in der zweiten Doppelstunde, wo ich einmal eine Besprechung mit denen angesetzt habe. Das ist also eine stärker organisierte Besprechung, wo die vorgestellt haben, was sie machen und ich zu diesem Stand ein Feedback aufgegeben habe. Im Sinne von, dass ich das bis zu dem Zeitpunkt zum Beispiel völlig okay finde oder da noch nachgearbeitet werden müsste, weil ja nachher irgendwie eine Abgabe dasteht. Also das ist quasi das eine und das andere Feedback, was da reinkam. Und dann gab es ganz zum Schluss, wobei das nicht der Schluss ist, sondern es ging dann noch weiter. Aber der Schluss dieses Projektes gab es ein Peer-Feedback noch, wo die Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig noch gefeedbackt haben. In so einer großen Runde, wo dieses Spiel vorgestellt wurde und alle haben gegenseitig dann sich ein schriftliches Feedback dazu auch noch gegeben, wie das Projekt anhand dieser Kriterien auch gelungen wurde. Gerade da bietet sich bei Feedback im Allgemeinen an, dass Kriterien eben da sind, die für alle auch sichtbar sind und für alle nachvollziehbar sind, wenn sie im Idealfall auch selbst erarbeitet wurden, wo man natürlich eine hervorragende Möglichkeit hat, mit denen dann über ihre Lernprodukte zu sprechen und dazu auch ein gutes Feedback zu geben. Während du das beschrieben hast, wurde mir gerade nochmal klar, dass tatsächlich, dass unser Verständnis von Prüfung inzwischen so stark zugeschnitten ist auf dieses abschließende Momentum, dass wir fast nicht mehr Prüfung anwenden können für das Begleitende. Inwieweit verschiebt sich da tatsächlich auch vielleicht ein Verständnis von Lernen und inwieweit trägt das zu zeitgemäßer Bildung bei? Ja, ich glaube, Lernen und Leisten, das wird ja ganz, also es gibt ja eine Menge von Leuten, die das gerne trennen wollen und ich glaube, das ist falsch. Also Lernen und Leisten, zumindest in den Kontexten, wie ich es bisher erlebe, gehören irgendwie zusammen. Und gerade dieses formative Feedback zeigt ja auch, dass es wichtig ist, das zusammenzunehmen und das sollte auch mit in den Blick genommen werden. Es kann nämlich nicht so sein, dass nachher nur dieses Produkt nachher am Ende dasteht und bewertet wird, sondern gerade der Weg dahin ist auch ein wichtiger Schritt und der sollte auch mit einbezogen werden in diese Sachen. Insofern ist es, glaube ich, ein wichtiges, ein zeitgemäßes Instrument, eben das formativ schon mit zu begleiten. Wie können erste Schritte aussehen, wenn ich jetzt erstmal den Regler ein Stück weit verschieben will? Ja, ich glaube, das kann ganz niederschwellig sein. Also wie ich das gerade schon angedeutet habe bei dem Beispiel, das ist was, was ganz gut geht, ist ein dialogisches Feedback, was wahrscheinlich auch viele in ihrem Prozess integrieren. Wenn ich eine Gruppenarbeit habe oder eine Partnerarbeit habe, habe ich ja Zeit als Lehrperson, kann mich ein bisschen zurücknehmen, kann rumgehen und mit den Schülerinnen und Schülern Gespräche führen über den Stand und über die Sachen, die sie jetzt gerade machen. Ein etwas weiterer Schritt hingegen wäre, dass man tatsächlich so konkrete Termine setzt, wann ein Feedback nach zum Beispiel Kriterien erfolgt. Das könnte man, wenn das hier länger, je länger so ein Projekt läuft, könnte man sogar mehrere von diesen Zyklen da reinbauen. Ich habe das mal im Rahmen eines Projektkurses mit drei Feedback-Schleifen durchlaufen, wo quasi zu jeder Feedback-Schleife ein besonderes Kriterium mit in den Blick genommen wurde, von dem Schüler, von der Schülerin auch selbst vorgenommen wurde und wir dann anhand dieses Kriteriums ein Feedback-Gespräch geführt haben. Ich glaube, das kommt ganz auf die Zeit und auf die, genau, auf die Zeitdimension dieses Projektes an. Das scheint mir ein Regler zu sein, bei dem es weniger um ein Entweder-Oder geht im Vergleich zu anderen Reglern. Ja, absolut. Sprechen wir noch über andere Regler. Du hast es schon angedeutet. Wo gibt es dann einen starken Zusammenhang zu diesem Regler? Ja, also wieder zu ganz, ganz vielen. Der Zeitregler ist mit Sicherheit ein großer Punkt, den man da reinbringen kann, weil gerade so ein großes Projekt sich natürlich anbietet. Wenn ich ein ganz kleines Projekt oder so eine typische Klassenarbeit habe, ist da ja kaum Möglichkeit für ein formatives Feedback. Dann bin ich stark bei einem summativen Feedback. Je länger das Projekt ist, desto wichtiger ist, glaube ich, dieser Schieberegler dabei. Und desto mehr schleifend kann man auch im Feedback-Verfahren durchlaufen. Ein weiterer Schieberegler ist wahrscheinlich auch der Raum, könnte ich mir hier in diesem Setting gut vorstellen. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, diese Feedback-Gespräche auch im digitalen Bereich zu führen, also auch zu Hause in geschützter Umgebung, also im zwei oder sechs, vier oder sechs Augen Gespräch zu führen, weil Schule tatsächlich manchmal beengte Bedingungen bietet. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich führe ein Gespräch in einem Klassenraum, wo 30 Schülerinnen und Schüler sitzen, ich möchte aber nur mit zwei sprechen, das ist manchmal ganz schwierig. Auch der Flur ist dann meist keine gute Ausweichmöglichkeit. Produkt ist auch wieder ein ganz naheliegender Schieberegler hierbei, weil das häufig Produkte sind, die irgendwie im Vordergrund stehen. Also so eine ganz klassische Klausur mit einem formativen Feedback zu begegnen, ist ganz schwer. Also steht ganz bei meinen Sachen ganz häufig ein Produkt auch im Vordergrund, was dann gefeedbackt wird. Gibt es noch was, was man zu diesem Thema sagen sollte? Ja, ich würde Felix Winter nochmal dazu, und erinnere sich ja gerade schon, der sagt in der Zeitschrift Pädagogik von Mai 2021, dass der Schüler mehr in den Fokus gerückt werden muss. Ganz konkret sagt er, der Schüler, die Schülerin muss in die Lage versetzt sein, selbst ihr Produkt unter Qualitätskriterien zu betrachten und zu reflektieren und darauf zu achten, wann ist es denn jetzt eigentlich eine gute Leistung? Das ist ja das, was wir eigentlich wollen. Schülerinnen und Schüler sollen sich ja selbst einschätzen können und ihre Produkte. Und ich glaube, wenn das erreicht wird mit dem Prozess, den wir da anstoßen, dann ist das viel wert. Und gerade der Schieberegler, formatives Feedback, bietet die Möglichkeit, das zu lernen. Schönes Schlusswort von David Tepassel. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017